ARD Text im Auftrag von Funk Weiter geht's! Ich denke mal, dass es bei dir heute bei deiner Siedlung ist. Ja, jetzt habe ich einen 34er-Bing. Seine Überquerung. Der T am Deathmatch. Achtung, Rentner. Hier alle hochschwingen, drunter Platz. Benni, hast du eine Gamer dabei? Oh, dieser scheiß Baum. Immer noch ein scheiß Baum. Ja, danke. Kommt einer, kommt einer. Super Heroes, Gott. Jawoll, jetzt haben wir schon mal. Die Map ist auch strukturiert, also richtig geil. Du kannst die so schön spielen. Gut, das Haus ist zwar ein bisschen überbewertet, da sollte es noch zwei Häuser mehr geben. Ein Haus zu Hause. Wie beim Metro halt. Aber da merkst du eigentlich, weil die Struktur der Maps ist ja recht gleich. Die Häuser sehen ja genauso aus. Hm. Das ist ja geil, wenn sie halt mal mehr Räume hätten, wo man reingekann, die alle unterschiedlich aussehen. Und halt, eines ist ein Büroraum und die sind halt alle leer. Ja, ne, es ist seltener zu stark an Bad Company, die waren auch alle leer. Hm. Bad Company habe ich ja nicht. Benny liebt ja Bad Company 2, das Spiel findet einfach genial. Ja, das ist mein Lieblingsspiel, wirklich. Ich liebe es so athletisch. Das war leider ironisch. Ja. Ich weiß nicht, aber er hasst es. Ich kann es mir noch nicht verstehen, aber... Das ist vielleicht noch nicht. Irgendwann werden wir dir schon... Werden wir dir schon ein bisschen gehalten. Boah! Ey, nicht so schnell. Hallo! Oh, die sind so blind. Das ist der nächste! Oh, das ist ein UD-Bot! Alter! Was, was wird denn hier ein UD-Bot, hä? Ne, der wollt mich, der wollt mich ein bisschen an... Du kannst jemanden vielleicht anschweißen, oder? Das bringt doch dauerhaft nicht. Mit seiner, mit seiner... Löt, äh, Lampe, Lötheizung. Er ist weg. Na, auf der anderen Seite ist Rainer! Er ist weg! Ah! Der ist durch! Wenn ihr... wenn ihr mich ein bisschen aufpasst, mit ihr ist keine Sau, ne? Das ist ja gerade der Schöne daran, ja? Ja, aber ich... ich komm jetzt zu dir. Ich lass dich denn nicht alleine leben. Aber da kommt ihr keine Sau, und nebenher, sauber jemand. Oh, man! Oh, man! Beat over! Ah, der ist so schade. Um recht in Bewegung zu werden. Das kann ich nicht... Ne, hab ich schon öfter mal probiert, aber ging nicht. Und? Ich wär zu. Scheiße! Was?! Wo?! Nein, in der Ecke! Da kennt einer! Das gibt's doch nicht! Oh! Tschüss! Ich könnte den Dreher nie mit Schwer brauchen, aber wie gesagt, wie... 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 ...gegen... Ah! Ja, aber da ist... Ah, da hinten sind drei Gegner. Oh, alle sind's heftig. und jetzt kann ich gar zu machen kamikaze ja und dann werde ich den schnipp auswählen amal das ist ja schluss Kopfschuss. Dein fucking Gesicht. Oh, nein! Hilfe, Hilfe! Hochrennen, 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 hochrennen. Hey, hier ist dein Medikator. Nee, grad nicht. Ah, du bist nie neben mir. Hallo! Oh, da links geht ja nicht hier. Äh, ich würd's, wenn in deinem Haus... ...da ist jemand, glaube ich. Aber du wolltest irgendwas. So, da trefft man einfach durch... ...und, äh, findet keinen Feind. Oh, oh! Achtung! Sanität, da kannst du ja helfen! Warte mal! Hammerblech. Der ist tot. Hier ist der Genotech. Oh, Genotech. Oh, da kommt der E-MV ohne! Der E-MV! Baff! Da vorne in der Mitte sind... ...ein paar... ...Wünsche. Ich geh mit. Da ist keiner. Da ist keiner. Da ist keiner. Nein. Da hinten, Benni! Abfassen! Tot! Ich hab, äh... Nächster tot! Doch einer da! Der ist tot, aber kill geklaut. Okay, hier hinten ist keiner. Es ist so geil! Wir räumen eigentlich... ...einen Sektor nach dem anderen auf. Sind die in einer Ecke... ...füllen wir sie da, kommen sie in der anderen Ecke. Aber die haben keine Platte, also die muss ich... ...ma zu wehren und nicht zu berauben. Jawoll! Kopfschuss sogar noch! Nee, keiner. Ich, ich bin hier der... Na, jetzt komm doch mal her! Hallo! Das sind ziemlich die Aufmerksamkeit gewesen. Wow, da ist ja einer! Oh, als hab ich kein Problem. Hey, du hast... Ja, hier noch mal ein Tanz aufgehört. Du bist nicht Versorger, oder? Zufällig! Äh... Ne, wollte ich nicht quatschen. Scheiße. Ich glaube noch keine im 16. Äh, das ist doch noch schlechter. Noch schlechter als im 16. Uaaaaah! Alter, nein! Komm, Gegner! Oh, Scheiße! Jetzt kann ich mich nicht reanimieren. Fuck, äh, nicht wiederbeleben, nicht heilen. Hm, hm. Mötung, Kind. Ah, fuck! Ah, wieso ist er nicht gestorben dahinten? Heilung anfordern, Heilung, ja. Wie geht denn das? Äh, brauche Sanitäter. Ich bekomme den ja nicht. So, vielleicht brauche ich ihn aber nicht. T, ux. Oh, wir hatten die LSAT, die ist ja richtig klein. Die LSAT. Die U-SAT. Die ist echt, äh, gut, ja. Was, 18-3?! Ja, das kann man machen. Das ist gar nicht. Auch eine schöne 6-1 hat da, Benny. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh. Campen da wieder welche an der Wand? Ja. Hm. Meine Radiostation. Benny, wo campst du da? Kannst du mal hoch ins Haus und mir Deckung geben? Ah, hier, Tio, seh ich keine Gegner. Oh. Wo ist ja einer. Das Haus. Weiß schon welches. Komm, muss ich auf die andere Breite. Oh, oh, fuck. Oh, tot. Oh, scheiße. Scheiße. Ha, ha, ha. Aber kann wirklich nicht leben. Da bin ich auf der Sturmsstraße. Hicker. Nikera Frosch. Na, danke. Ich muss da tun. Claymos, 4 Stück. Halt, halt. Komm nicht mehr klar. Du mal gegen Gegner. Hier. Du nicht zu, du nicht zu. Heil dich mein Freund. Heil dich schön. Erlaube dich an der Mutter Natur. So, jetzt. Mosambik. Er hat auch eine 14-2. Gut, aber man muss sagen, die anderen sind auch gut. Also nix, an mir oder an Tiers, also wie sie gut sind, sondern auch an den Gegnern, dass unser Team einfach zu groß ist. Ausnahmsweise mal. Scheiße! Ich stehe! 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 Schinischuss! Hier spricht mir irgendwann wieder Gegner. Ah! Nimm dir das Mediket. Hol's dir. Ah! Dahinten! Ich abschiede dich für dich vor deinem Volkintяв. Nein, wir hatten ihn. Boah! Alter, es sind 3 drinne! Komm schon, den kill ich noch. Ja, 4-fach kill Benni! Oh mein Gott. Weißt du doch, das sind 16 Leute. Da hocken 4 auf einem Fleck und schon sind sie weg. Das reimt sich. Das hat sich gereimt, Junge. Ja, das reimt sich gut. Oh mein Gott. Da hat der Fumofilmer gewusst. Pumusse. Moin Seid Gergel. Was will denn der? Äh, wo bin ich jetzt? Alles schwarz. Oh fuck, 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 fuck! Wir sind jetzt im Haus drinne, ja. Nein! Ah, hab ich gekillt. Mach den da hier und... Der ist tot, Morpheus ist tot. Danke, ich hab mich aber... Ich hab mich aber nur gestorben. Hm. Das sieht jetzt hier ein bisschen komisch an. Ich hab mich nur gestorben. Ich bin nur gestorben. Der stirbt auch einfach. Oh scheiße, der will mich killen! Oh, danke. Das war knapp. Ja, hier ist dein Medikin. Hä, wo ist denn der Sniper? Ich seh den nicht. Hier ist dein Medikin. Ich brauch ganz schnell Hilfe. Hallo! Hahaha! Ausgetrickst! Muss ich keiner mal zeigen. Der Benni! Boah, da drüben! Ach jo, ja. Ich krieg Besuch, ich krieg Besuch. Oh, da kommen sogar zwei. Warte, ich weiß, was ich mache. Boah! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Was denn? Ist da ein Gegner? Oh nein! Das ist jetzt mal scheiße. Von zwei Flanken plantiert wird. Boah! Zwei Flanken plantiert wird. Boah, das war knapp. Ist da noch jemand? Mhm. Ja, da ist einer, Benni, aber der knickt. Jetzt kannst du mich killen, aber ich bin schneller. Achtung! Schladate! Das ist das Leben. Schladate! Nein, hau gemessen hat von hinten. Oh, das war gut. Morpheus. Da kommt gleich einer. Das war übel. Was? 32,6 glaubst du doch selber nicht. Ist alles mit der Situation. Stress, 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 Stress. Ey komm, der letzte war drauf. Pass auf, da ist einer oder zwei oder drei. Oh, du wirst ihn doch killen. Oh, du wirst ihn doch killen. Wer ist da unten? Ah, das ist Benni. Brauchst Spaghetti-Potter, ne? Ja. Wo sind die anderen wieder? Nachzügler. Was gibt's denn hier? Das Geile ist, du wirst ja von nirgends... Von nirgends können die dich mal... ...irgendwie wollen... ...irgendwie eindrängen. Kannst überall rumlaufen und ich kill mich. Okay, okay, scheiße. Tut mir leid, das hab ich nicht absichtlich gemeint. Hier kommt dein Medikind. Kaum sagst, es ist schon passiert's. Wo dort? Benni, Benni. Geh doch einfach mal sterben! Oh. Alter, hier ist ein übelstes Frontier. Frontschweine. Ich renn mal hinten rum. Das ist kein Problem aus, was jemand feierlich eröffnet. Was Spielhaus wird feierlich eröffnet. ... Null. Keiner trifft mich, das ist so krank. Was ist so schlecht mit einem... Ich püsste jetzt... ...was ist vor ein gewalttätig? ...nulner krachen... ...und dann von neuer in 3 oder 3. Ich schieß ihn in den Arsch, aber es tut ihm nicht weh. Obwohl er ganz unterliegt, ich schmeiß da raus Er hat kein Skill Wir hören dir alle zu, Betty Das weiß ich genau Weiß nicht, wie es weitergeht, ne? Ne, ich will mir grad was neu ausdenken Fantastischer Sänger, der Benni, ne? Die war super Texter, so Hat auch ein Kanal mit 400.000 Abonnenten Oh, dieser Nikera Frost ist ein übelstes Objektiv Da singt da den Leuten mal was vor Lass uns hochlaufen, hochlaufen, Vini Ich glaub von andern Seite Ja, das sind eh zwei am Fenster, glaub ich Rechts Ja Noch einer Hab ich einen? Oh fuck Aha Accuracy, accuracy Accuracy Uaaaah Ich hab alles ausgeräuchert Auf dich Jawoll Pass auf, da ist noch einer drin Hast du den? Hier ist das Medi-Kill Hahahaha ich hab ihn gefasst um die Ecke stand dich Benni warum gibts dich zwei mal was ich kill dich zwei mal entdeckt dein Name wird mir zwei mal angezeigt oder ist das ein Medi-Kit ne das wird aber nicht als Name angezeigt also mein Name ist Glomsetter, ich bin ein Medi-Kit, meine Aufgabe heilen was ich da gefällt habe so eine Mare, so eine kleine ja man muss spawnen nimmer, wenn ich spawne ist immer alles dunkel ah das ist die Spawn-Rage, deswegen was sagt das doch Vorsicht ich hab nen feindlichen Scharfschießgesicht in Oberst die ist das Medi-Kit haha, oh pass auf, da kommen die noch hoch oh da kommen zwei bitte hilf, no ah einen hab ich ein bisschen angefragt dasselbe Taktik angeschossen haha, das kommt aber wenn man kämpft dann stirbt man oft schneller als ein Lieb ist tot ja, 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 ich hab ihn gemessert hast du super haha, aber wie schön ja ich hab dich, ich hab dich danke ojojo, ich guck mal ey, das war's nicht ja weckes Timing, ich spring runter kann grad noch nachladen da kommt er und ist schön ins Gesicht schnell laden und sind am LKW da doch, renn doch die Treppe schneller runter oh da ist einer, der läuft da er läuft da ja, wie schlecht die Gegner sind ja wie schlecht die Gegner sind es ist wahnsinn, wahnsinn, ne es ist echt wahnsinn ist es schon fast wieder zu leicht ich hatte grad eben noch 9,6, jetzt hab ich 14,6 schön schön ja wie er sich wettert der ist da drinne? wo? ja der Morpheus da rannte um der Ecke auf mich zu und hat erstmal einen richtig schönen Kopfschuss aus nächster Nähe bekommen zwei küssen und dann hab ich einen neuen Rekord die Leute sind schlecht wahrscheinlich warte, ich komm von hinten wie bist du denn Leute eigentlich? ich hole mich mit hin haha, tschüss ich brauch Hilfe ich will jetzt nicht sterben ich will jetzt echt nicht sterben Benni ist da jemand hat da irgendjemand Zivil gelegt? oder so fangt die fangt die fangt die bei mir im Haus nicht ich hab die 50 geknackt Benni und 60 ist mein Ziel 60 Augen auf oh scheiße nein oder war einer schmerzen dabei? vielleicht nur noch weitere schmerzen ich spawne immer in der Kack spawne weg das ist ja für's ja ich muss rein und freut mich glaub ich ich bin ein bisschen ein bisschen beschädigt beschädigt ich hab mich beschädigt ich hab mich beschädigt bitte ich fürs Leben ich würde nicht immer selbst leben Benni das ist nicht gut mach mich witzig tut mir leid Alter ich strecke ein bisschen seinen Kopf aus und das hat ich hab mich wohl unter Kontrolle geblieben E-Mailen schütteln 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 das geht doch auch noch das ist egal oh ich krieg Besuch und auch ne Granate haha ah genial oh oh scheiße wo denn wo denn oh kacke kacke das war ein anderer ja von da von da wie ging das Morpheus hat er mich endlich gekillt Morpheus ich hab ihn Morpheus oder Orpheus Morpheus von der Katze von irgendeinem Film heißt Orpheus Hallo wie sie nicht wie sie nie was sehen weil es so dunkel hier ist wir wollen nicht mal Schaden bekommen ey so weg das ist Wahnsinn ich kill den schneller der bin nur nicht einmal abgeschossen das ist so frei da läuft doch einer da läuft einer komm schon das ist Wahnsinn das ist Wahnsinn nicht laufen nicht laufen Skills zeigen ja keine Skills Mare 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 ganz ganz schlecht das tut nein ah man das ist Wahnsinn Renn jetzt die Treppe runter Nein Winner Winner ja wir haben es geschafft ja verdammt nochmal yes ich bin nicht mehr gestorben Benni 60 59 11 59 11 jau einfach nur geil das Spiel einfach nur geil ist ein super server ja 1000 Doppel bekommen Wahnsinn ja machts gut wir kommen jetzt noch einige gute Runden bis demnächst tschau 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 tschau